hallo und herzlich willkommen zurück hier bei tag der unnamed game gestern haben wir angefangen hier die torbögen zu bauen die später dann hier die eingangsportale sein sollen ich würde sagen wir machen gleich weiter und gestern habe ich nicht so viel geschafft und wir fällen mal hier noch ein paar bäume das macht gar nichts mehr jetzt geht auch noch die ax kaputt ich krieg noch die krise jetzt müssen wir noch mal zur base zurücklaufen müssen wir mal werkzeug holen ich hoffe dass wir noch ein paar exe da haben ich weiß es nicht genau wir werden das mal untersuchen und mal gucken wie das ganze so sich gestaltet ich habe auch übrigens noch eine gute nachricht für euch es ist ja geplant dass tag ein free to play game wird also das spiel soll es danach nachdem es dann erscheint nachdem jetzt der beta test bald starten soll oder ich weiß gar nicht ob es ein beta test ist oder ob es noch ein alpha test ist die 2.0 version jedenfalls ist jetzt gerade im gespräch ob es ein free to play game sein soll und ich glaube dass das auch so sein wird später dass das also free to play ihr könnt einfach runterladen einfach spielen und das wäre natürlich eine super sache und ich glaube das würde dem spiel auch sehr gut tun weil dann werden würden das viel mehr leute spielen glaube ich und ich weiß aber eine person die es auf jeden fall spielen wird nämlich der harle der wollte sich das auch schon vor ein paar tagen kaufen und wir wollten zusammen aufnehmen allerdings war das so dass der harle es nicht kaufen konnte weil momentan ist nämlich das spiel kannst du nicht kaufen weil die gerade am umstellen sehen und nicht genau wissen ob sie es free to play machen sollen oder ob es jetzt dann doch noch weiter was kosten soll und jetzt gibt es ja auch den alpha test für die 2.0 also den internen den geschlossenen test für die 2.0 version und ich habe bin da irgendwie nicht dabei es hieß ja eigentlich alle leute die pre-chased prepaid haben oder hier wie heißt es noch mal die vorher das spiel schon unterstützt haben weil es ist ja early access die sollen alle in dieser beta drin sein ich habe das noch nicht rausgefunden wie das gehen soll vielleicht können wir das auch irgendwie aktivieren eigentlich möchte ich das aber auch gar nicht weil wir haben ja hier eine schöne welt der wir weiter spielen wollen aber falls dann jetzt bald die neue version rauskommt und das ganze dann zu kaufen ist oder free to play da haben wir auf jeden fall den harle dabei und da werden wir hier aus diesem spiel hier ein mindestens zweier game draus machen eventuell finde ich auch noch ein paar leute hier aus unserem team die er dann auch noch mitspielen wollen wir spielen ja momentan ziemlich viele verschiedene spiele da müssen wir halt mal gucken ob die wirklich die zeit finden halt auch noch mitzumachen also ich habe da so ein bisschen den maggie im blick dass der vielleicht noch hier mitspielt ich weiß nicht ob der lust hat dazu aber das werden wir da halt mal sehen ich würde mich da sehr freuen ich würde mich da sehr freuen da drüben ist der baum jetzt noch mal umgefangen was ist denn das für ein fehler ist voll der bug hier mein bug dein bug jedenfalls der harle wird dann dabei sein und der harle wird auch mitspielen und wir wollen dann hier zusammen mit euch eine neue welt errichten es ist vielleicht so dass wir eine komplett neue welt erstellen dass wir dann hier die hier schließen sozusagen ja diese staffel hier abschließen denn es ist natürlich ein bisschen doof dann für den harle auch hier in so eine welt reinzukommen wo man schon angefangen ist das ist doch nicht wahr jetzt ist die auch schon durch es ist natürlich auch hier für die ex für die hämmer ist es nicht so gedacht wobei der verbraucht sich gar nicht so auch der verbraucht sich ganz schön so und dann machen wir eine neue welt und dann baut der harle mit und dann bauen wir mal gucken was wir hier alles so entdecken ich glaube gegen die bier rams werden wir dann viel mehr chancen haben jetzt geht es auch kaputt hier da ist er kaputt wir hätten vielleicht doch extra bauen sollen ich habe gedacht der hammer schafft das der hammer macht das mit dem hammer macht das nichts aus die sahen so stabil aus haben wir unten das mitgenommen so dann wollen wir gucken ob wir hier oben noch was liegen haben wir brauchen ja voll viel holz hier hier schwebt nichts mehr hab ich alles mitgenommen so ihr dürft natürlich nicht vergessen ihr kennt das ja wir müssen jetzt hier Screenshots machen andauernd weil tatsächlich macht zwar während den Aufnahmen hier permanent Screenshots aber das muss ja nachher auch was mit der Folge zu tun haben und wenn das nicht so richtig passt dann mache ich das nämlich nicht mit diesen dann nehme ich nicht die Screenshots die wir geschossen haben also ich schieße ungefähr 10 Screenshots und ins Spiel wie sagt man denn da also benutzen tue ich davon nur ein Bruchteil also ganz wenige nur und jetzt komme ich hier nicht hoch wieso so wir machen das mal so wir stellen mich mal oben drauf und dann eins zwei eins zwei und eigentlich müssen wir noch eins da drunter oder fahr mal hier so ein Stück runter genau genau so hier da muss nämlich hier muss nämlich rüber oh ist das schwierig das sitzt gerade hier das sieht aber richtig aus nein ah freckel dich hier so ach man jetzt macht er ja unser Seed macht jetzt Probleme der hat keine richtige Lust mehr so Tor Nummer 2 das da ist glaube ich eins höher ich glaube das ist eins höher wir machen mal auf machen wieder zu jetzt gehen wir hier rüber Fackeln einsammeln hä Fackeln einsammeln so eins zu eins zu eins zu eins zu eins eins zu zu eins 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 so dann kommen wir das hier drauf und jetzt gehen wir hier hoch und das ist ein bisschen also ich finde das immer noch ein bisschen schwierig hier mit dem Ziel eigentlich 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 ist es ganz gut bauen aber manchmal habe ich das jetzt so ein bisschen probieren naja naja guck mal ja das ist hier manchmal so ein bisschen eklig weil das muss genau die Stelle treffen dass er hier das anschließt so na gut komm wir gehen durch die Tür hier hinten die Tür ist jetzt eins zu hoch das müssen wir dann noch ändern so jetzt meine ich hier noch mal ganz hoch anfangen so jetzt noch hin so dann hätten wir die Torbogen auch zu so jetzt würde ich gerne Steine verarbeiten natürlich haben wir vergessen Steine mitzubringen ist halt so ja dann müssen wir halt nochmal laufen ich laufe die ganze Zeit zurück zur Base habe ich so das Gefühl das lassen wir alles hier dann mal oben auch die Fackeln das legen wir auch da oben rein so ich würde dann vorschlagen dass wir da oben nochmal Steinboden reinziehen und äh zum orientieren und dann die die restlichen Wände hier das soll natürlich noch mehr geschlossen werden das machen wir dann später so erstmal so ein bisschen Struktur kriegen ich will erstmal gucken wie das ganze sich so entwickelt ich weiß nämlich noch nicht genau wie ich das Gebäude bauen will da sollen ja auch noch äh so ein paar von diesen Girt Lampen dabei die es jetzt hier neu zu bauen gibt und ähm ich will auch gerne so ein ähm Moment ach Entschuldigung ich musste kurz gehen ähm ich will so ein äh Void so ein Void Basket bauen also so ein Mülleimer sozusagen hier vom Spiel das hier gefällt mir auch nicht wir müssen dann wenn dann müssen wir hier alles aus einem Guss bauen sozusagen also es geht jetzt nicht so dass wir da die Hälfte so bauen die andere Hälfte so so mal gucken was wir jetzt hier haben hier sind Steine drin wir nehmen uns mal drei Päckchen mit ich drücke hier drauf und nichts passiert weil ich es nämlich mit Minecraft verwechselt ich hab das wie bei Minecraft gemacht ich hab das wie bei Minecraft gemacht wir nehmen mal vier Päckchen mit so das muss ja auch reichen was haben wir denn hier drin hier ist irgendwie Müll uh hier ist äh Erdzeugs was haben wir denn hier für Werkzeug noch wir müssen auch noch wir müssen auch noch ach jetzt hat er wieder Hunger aber wir wollen uns jetzt mal darauf konzentrieren viel hier zu bauen wir nehmen noch ein paar von den Girt Seeds mit ja beschwer dich doch mal ja 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 beschwer dich doch ja beschwer dich doch genau so wir hüpfen hier drüber und los geht's nochmal zurücklaufen ich hab das Gefühl ich laufe hier permanent hin und her eigentlich ist das ein schöner Screenshot jetzt hier wenn wir jetzt hier unter dem Berg sind und man sieht die Sonne noch so ein bisschen ich mach jetzt mal ganz kurz ein Screenshot so und wieder zurück und äh vielleicht noch einen tut mir leid ich weiß das nervt aber ich meine ich muss ja auch irgendwie die Bilder hinkriegen so jetzt setzen wir oben an unsere Türrahmen da setzen wir uns jetzt jeweils einen Stein dran und dann bauen wir erst so ein Kreuz in die Luft und wenn wir das Kreuz gebaut haben dann gucken wir mal wie wir weiter bauen ich nehme jetzt mal hier erstmal die Fackel ne das muss hier drin bleiben so das muss hier drin bleiben das muss hier drin bleiben das muss hier drin bleiben so äh ich setze jetzt mal hinter jede Tür hier auf dem Boden einfach so eine Fackel damit wir ein bisschen Licht hier drin haben und damit das aber trotzdem hier gleichmäßig verteilt ist wir nehmen die 2 setzen das hier hin und wir nehmen die 3 und setzen das hier hin so jetzt äh nehmen wir die Steine und wir beginnen mal hier in der Mitte hier bis 3 breit ok vielleicht können wir auch hoch hüpfen oh das sieht aber sehr hoch aus vielleicht wenn wir jetzt hier eine Trittstufe dran bauen so wir machen das mal so hier einen Tritt und äh da einen Tritt und dann kommen wir hier oben drauf so ducken und zurück geht hier nicht ich dachte der Minecraft Trick würde hier auch funktionieren geht hier nicht so gut dann hier drauf da drauf und dann müssen wir mal gucken wie wir das hier machen vorsichtig zurücklaufen ne das geht nicht aber wir kriegen das hin so so erstmal so ein wir machen jetzt erstmal so ein Kreuz in die Luft nur zum anpeilen ob das überhaupt hinhaut und wir sehen es haut überhaupt nicht hin da drüben ist die Mitte hier ist es nämlich nach da versetzt ah das ist blöd das ist blöd Mist so dann machen wir hier das gleiche nochmal und testen mal ob ich weiß noch dass wir beim Bauen gesagt haben ach wenn die Türen nicht genau an der gleichen Position sitzen das sieht kein Mensch später das kann keiner mitbekommen war ja klar dass das nicht klappt dass ich das sofort wieder hier bemerkbar macht das ist gut hier guck mal hier das geht genau in die Mitte so das hier können wir eigentlich auch gleich dann da können wir gleich noch eine zweite Reihe dran hauen so Schnellbaumodus andere Seite das wollen wir mal ein paar Meter machen hoch ein bisschen weiter zurück so ein bisschen in Position ach da stehen wir gegen die Kiste ach da stehen wir gegen die Kiste so das geht von hier unten schlecht weil da stehen wir die Kisten im Weg so jetzt haben wir ja ein bisschen zu viel gebaut hier das muss jetzt erst wieder weg äh ich hab mir kein Werkzeug mitgenommen da die Tür ist ja um eins versetzt also gut das stört mich halt total nein nein du sollst da Steine hinsetzen so wir machen hier noch zwei Reihen dran so sieht ein bisschen aus wie eine Tropfsteinhöhle das tun wir gleich korrigieren geht erstmal darum dass wir schnell vorankommen und wir dann gleich oben uns um den Um-Ausbau kümmern können so jetzt haben wir uns aber überhaupt kein Werkzeug mitgenommen oder? doch hier ist ein Hammer Hammer sind super so Hammer Nummer 4 also auf Nummer 4 liegt ja so jetzt hauen wir das was hier wieder weg jetzt gibt es wahrscheinlich einige die sagen na wenn du jetzt vernünftig gebaut hättest dann hättest du das müsstest du jetzt nicht so viel weg machen egal ich will halt dass es hier schnell voran geht so das hauen wir wieder weg das auch und äh hier drüben sind noch ein paar so so den hier der ist genau mittig so jetzt wollte ich hier mal gucken so wieder die vier dann soll es jetzt hier so einen Treppenaufgang geben und dann würde ich sagen von der Mitte machen wir den Treppenaufgang vier Felder nach hinten also eins zwei drei vier hier machen wir jetzt einen Stein hin so dann kommen hier Steine hin dann kommen hier Steine hin dann kommen hier Steine hin und hier Steine jetzt wird es schwierig so so können wir uns wieder hinstellen so oh muss eins breiter noch so Treppenaufgang gebaut ne Treppenaufgang cool oder tja das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein ich überlege mir was für die nächste Folge wie wir dann weitermachen und dann ich würde sagen wir oh da ist vielleicht gestern gucken wir mal ob wir dann oben schon die zweite Etage ein bisschen mehr ausbauen das schauen wir dann mal bis dann macht's gut tschüss